Musik Also das ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe ein Interview gemacht mit drei Kameras. Lieber einfach durch, mutig durch, ist man nur kurz im Bild, ich bin hier so aufgebaut, soll ich sie anschauen. Das ist mir sehr angenehm. Und das ist ja auch so ein Traum von Menschen, einen Film zu machen, den man dann auch herzeigen kann. Aber das ist eben ein Festival, das hier geplant wird und ich bin da sehr gespannt. Weil also meine Meinung dazu ist, dass diese Laien, es sind ja Laien, wir sind ja auch ganz froh, dass sie als Laien hier eingeladen sind. Diese Laien sollten jetzt nicht versuchen, professionell zu sein. Sie sollen keine großen, denke ich. Ich habe darauf keinen Einfluss. Sie machen hoffentlich, was sie wollen und fragen mich nicht. Aber sie sollten nicht versuchen, etwas Großes zu machen, sondern vielleicht so aus ihrem Umfeld, aus ihrem Alltag, aus ihrem Beruf, aus ihrer Schule, aus der Familie kleine Geschichten zu erzählen. Das wäre schön, weil es dann umso persönlicher sein kann. Das war's. Das war's. Ich habe mich noch. Ich habe mich noch nie. Ich habe mich noch nicht. Ich habe mich noch nie. Ich habe mich noch nie. Untertitelung des ZDF, 2020